Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich habe eine kleine Duftü-Post bekommen am Samstag und wollte die euch heute gerne hier zeigen. Die Post ist von der lieben Maike. Vielen Dank schon mal an dich, meine Liebe. Ich habe da wirklich überhaupt gar nicht mit gerechnet. Ich habe mich so mega gefreut. Und ja, ich wollte es auch hier nochmal sagen. Liebe Maike, ich finde dich leider nicht mehr bei Instagram. Also, falls du das jetzt hier siehst, dein Video, schreib mir doch mal bitte kurz eine Nachricht, dass ich mich nochmal persönlich bei dir bedanken kann, weil ich finde deinen Account einfach nicht mehr. Ich vermute ja, du hast dich vielleicht umbenannt. Wäre ganz schön, wenn du mich dann nochmal anschreiben könntest. Genau, und sie hat mir eine, ja, ich sag mal, kleine Weihnachtspost geschickt, beziehungsweise hat sie mir hier noch eine Weihnachtskarte eingepackt und hat auch geschrieben, ja, dass sie einfach mir mal wieder eine kleine Freude machen wollte und ich freue mich wirklich sehr. Also, das war auch am Samstag, das hat so gut gepasst. Ich habe die Post bekommen und habe mich so übelst darüber gefreut. Also, vielen Dank nochmal an der Stelle. Ja, aber ich möchte euch gerne zeigen, was die liebe Maike mir Tolles geschickt hat, denn ich sehe schon, obendrauf liegen schon einige Sachen von Yankee Candle, aber auch von anderen Duftmarken und ja, ich würde sagen, wir gucken einfach mal, machen quasi ein Unboxing zusammen. Sorry. Genau, und ich muss mal gerade hier gucken, wo ich mir das... Moment, ich bin jetzt völlig unvorbereitet hier. So, genau, jetzt können wir loslegen. Und zwar fange ich mal an, was obendrauf liegt und ich habe schon gleich gesehen, ich habe es aufgemacht und habe gedacht, oh mein Gott, und zwar sind das zwei Yankee Candle Tarts Snowflake Cookie und ich liebe diesen Duft ja so, so sehr und der ist ja leider im Moment nicht mehr verfügbar. Ich weiß nicht so genau, ob er wirklich aus dem Sortiment ist. Das sind ja die Weihnachtsdüfte, die immer mal wieder kommen und ja, ich liebe den. Also, die Sonne, das ist heute wirklich... Guckt mal, wie das spiegelt hier. Ich mache es mal so. Die Sonne knallt. Und ja, es sind irgendwie gefühlte 20 Grad, einen Tag vor Weihnachten, aber gut. Ja, ich liebe dieses... Die Wachsfarbe und dieses Label. Ich finde, das ist eines der wunderschönsten Yankee Candle Label für mich, weil es halt einfach in rosa und weiß und so schön pastellig und ja, ich liebe dieses Label einfach und der Duft ist auch ganz, ganz, ganz toll. Und ja, ich muss sagen, ich mag den eigentlich noch lieber als Christmas Cookie. Der hat halt nochmal so eine bisschen andere Note. Ich weiß nicht, ob da ein bisschen mehr Anis drin ist. Ich glaube, der Christmas Cookie ist etwas süßer noch. Aber ich liebe den Snowflake Cookie und ich freue mich wirklich sehr, liebe Maike, dass ich jetzt auch nochmal zwei Tarts davon verbrutzeln kann. Da könnte ich auch eigentlich gleich eine in die Duftlampe werfen. Könnte ich heute noch anmachen. Wäre vielleicht eine Maßnahme. Mal shoppen. Dann hat sie mir ein Tart eingepackt, was ich auch ganz, ganz, ganz lieb finde. Und zwar von Milk and Cookies von Yankee Candle. Und natürlich auch alles schön in PP-Beutel verpackt. Also ja, total toll. Da merkt man halt auch die Duftliebhaber unter uns. Oh, der ist auch so, so, so toll. Ich habe, glaube ich, auch noch eine Tart davon und ich glaube, ich konnte den einfach noch nie testen. Oh, der riecht so lecker. Der riecht so lecker. Wirklich einfach nur nach Keksen mit einem Glas Milch. Oh, ich finde den ganz, ganz toll. Oder mache ich den in die Duftlampe heute? Hm, ich weiß es noch nicht. Ich überlege es mir noch. Ja, voll schön, danke schön. Richtig cool. Dann liegt hier noch ein Tart drin von Cuban Mojito. Spricht man das so? Ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt schon mal hatte oder getestet habe. Ich bin gerade echt ein bisschen überfragt, ob ich den überhaupt habe. Also gerochen habe ich den definitiv schon, aber ich bin mir gerade unsicher, ob ich den schon mal, ob ich da, eine Tart von habe. Der riecht auch sehr interessant. Sehr Zitrisch. Und ich finde, man riecht den braunen Zucker irgendwie raus. Für mich riecht das irgendwie so richtig nach braunem Zucker. Ja, sehr cool. Also werde ich auch alles noch testen, was ich alles noch testen will. Übrigens, es passt zwar jetzt hier überhaupt nicht ins Video, das hätte ich vielleicht in dem anderen Video vorhin sagen sollen, ist aber auch völlig wurscht. Mir ist gerade eingefallen, wisst ihr eigentlich schon, dass die Yankee Candle Tarts abgeschafft werden? Yankee Candle produziert keine Tarts mehr. Die neue Frühjahrskollektion ist die erste Kollektion, die ohne Yankee Candle Tarts rauskommt. Und ich weiß noch nicht so wirklich, was ich davon halten soll, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe halt auch noch eine riesen Tartsammlung. Die Katze. Katze ist unter dem Weihnachtsbaum. Die knabbern immer gerne an den Nadeln. Ja, genau. Und ich weiß noch nicht wirklich, was ich davon halten soll, dass es keine Tarts mehr geben soll. Es soll natürlich eine Alternative geben. Ich hatte eigentlich gehofft, dass Yankee Candle mehr auf Meltcups Wert legt, weil das wäre mir eigentlich persönlich irgendwie lieber gewesen. Aber ich zeige euch das dann gleich. Angeblich wird Yankee Candle auf eine andere Schiene gehen. Und ja, ich zeige euch das gleich. Ich will aber erst nochmal die Tarts fertig zeigen. Ich wollte es nur an der Stelle gerade mal erwähnen, weil es mir gerade eingefallen ist. Ja, das schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, wie ihr das denn findet, dass es bald keine Tarts mehr geben soll. Und was ihr jetzt macht mit euren Tarts, hebt ihr die auf? So, weil die werden ja jetzt quasi Raritäten. Also ich meine, da wird noch der Markt, wird wahrscheinlich noch boomen in den nächsten, also vermute ich in der nächsten Zeit, weil natürlich die Tarts jetzt, ja, hoch gehandelt werden wahrscheinlich. Aber ja, sagt mir mal, wie ihr das findet. Dann hat die liebe Maike mir noch ein Tart von Macaron Treats eingepackt und das ist ja auch einer meiner absoluten Lieblinge. Ach, der ist so toll. Der leider auch aus dem Sortiment gegangen ist und das ist immer noch eine Sache, die ich absolut nicht nachvollziehen kann. Aber gut, wer kann das schon? Ja, der riecht so lecker so. Ach, nach Schokolade und gebrannten Mandeln und für mich riecht der ja immer noch wie so ein Besuch auf dem Jahrmarkt oder so. Und ja, finde ich richtig cool. Ach, da habe ich auch noch ein paar Backups, also in Tartform, nicht in Glasform. Da freue ich mich richtig. Also davon kann man einfach nicht genug haben. Also richtig cool. Vielen Dank. So, ich habe ein bisschen Frosch am Hals. Tut mir leid. Dann hat sie mir noch einen Tart eingepackt. Ich packe es mal aus. Von einem Duft, den ich auch sehr mag. Und zwar ist es der Moonlit Blossoms. Der kam ja auch letztes Jahr raus. Im Frühjahr oder im Sommer. Ich kann es euch gerade gar nicht mehr sagen. Frühjahr oder Sommer. Und ich mochte den auch so gerne, dass ich lange überlegt habe, ob ich mir ein Glas davon kaufen soll. Aber bis jetzt ist noch kein Glas bei mir eingezogen. Vielleicht kommt es noch irgendwann. Aber ich habe ja jetzt wieder ein bisschen Nachschub. Und der riecht so richtig schön blumig, parfümig. Ich mag den einfach super gerne. Also vielen Dank, dass du mir den eingepackt hast. Da hast du ja auch wieder voll ins Schwarze getroffen. Genau. Und ich glaube... Ach nee, Moment, da ist noch eins. Aber dann war es das, glaube ich, mit den Yankee Candle Tarts. Eins haben wir noch. Und zwar ist es ein Tart aus der Sunday Crunch Collection. Und zwar ist es der Sweet Morning Rose. Und auch den mochte ich super gerne letztes Jahr. Der war ja auch nach dem Floral Candy einer meiner Favoriten. Oh, der riecht auch so toll. Ich mag den auch super gerne. Voll cool. Der riecht halt auch wirklich einfach nur nach Rose. Nach Rose und ein bisschen gedöhnt. Ein bisschen süß und sonst nichts. Der wäre vielleicht auch mal was fürs Schlafzimmer. Muss ich mal ausprobieren. Genau. Das waren die Yankee Candle Tarts. Und jetzt kommen wir zu den Yankee Candle Home Inspiration. Da hat sie mir auch was eingepackt. Das sind auch Melts. Und zwar sind es diese hier. Diese großen... Ich lerne es aber auch nicht. Hauptsache immer erst mal ins Licht gehalten. Aber hier geht auch. Sorry für den Frosch. Das sind hier die... Ja, äh... Die Glammshells, sage ich jetzt mal, von Yankee Candle. Und, ähm... Soweit ich gelesen habe, soll das die neue Alternative werden zu den Tarts. Also in Zukunft soll es wohl... Werden wir sehen, die Melts in dieser Form geben. Und ich weiß noch nicht, ob ich das so gut finden soll. Also, das sei jetzt mal dahingestellt, ob das jetzt mehr Plastikmüll ist als die Tarts vorher. Weil die ja auch viel Plastikverpackung haben. Und hier ist ja dann auch einiges mehr drin. Und ob das dann mehr Plastikmüll ist als vorher, kann ich jetzt nicht so sagen. Man braucht auch keine PP-Beutel mehr. Das ist halt auch nochmal vielleicht ein Vorteil. Aber, naja, ne? Ich wollte es halt mal erwähnt haben. Wie gesagt, schreibt mir mal eure Meinung dazu. Würde mich arg interessieren. Und vielleicht weiß ja auch jemand schon mehr, ob das wirklich so in dieser Form kommen soll oder nicht. Ja, könnt ihr mir ja mal schreiben. Jedenfalls ist der... Oh, der Duft ist ja sehr göttlich. Der Duft ist Raspberry Sundae. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Also einfach Vanilleeis mit Himbeeren. Oh, der riecht so lecker. Und hier sieht man auch nochmal, wie das von innen aussieht. Heute habe ich hier echt zu kämpfen mit der Sonne. Ja, da sind immer die drei zusammen. Und der riecht so, so lecker. Oh, ich bin ja eigentlich kein Himbeer-Fan. Ja, aber das... Oh, das ist ein Traum. Das ist ein Träumchen. Da freue ich mich schon richtig drauf, den zu verbrutzeln. Aber natürlich halt auch erst nach Weihnachten. Das ist dann alles fürs neue Jahr. Aber richtig cool. Vielen Dank. Ich weiß auch gar nicht so... Die Home Inspiration, wo es die so gibt. Außer jetzt bei, keine Ahnung, Duft und Raum oder irgendwie solchen Läden. Aber ob es die irgendwo so zu kaufen gibt, hier weiß ich gar nicht. Dann hat sie mir noch eins eingepackt, was genauso toll ist. Und zwar den Strawberries and Cream. Und da bin ich jetzt auch super gespannt. Aber die riechen halt einfach schon durch die Packung durch. Oh, das ist auch so toll. Ganz anders. Wobei ich echt... Ich bin ja eigentlich mehr ein Erdbeer-Fan als ein Himbeer-Fan. Aber ich glaube, dass mir der Raspberry Sunday besser gefällt. Aber nichtsdestotrotz ist der auch total lecker. Der riecht wie der Chupa-Chups-Lutscher. Kennt ihr den? Das ist auch Erdbeer-Sahne. So ähnlich riecht er. Nur hier ist ein bisschen mehr erdbeeriger. Ach, richtig cool. Da freue ich mich auch schon drauf. Vielen Dank. Dann hat sie mir sogar noch eins eingepackt. Das ist auch wieder was ganz anderes. Und zwar Clear Blue Skies. Das könnte auch so ein Wäscheduft sein. Ach, guck mal. Da hat sie sogar schon welche benutzt. Da bin ich ja mal gespannt. Das hat dir dann scheinbar nicht so gefallen, wenn du das dann weitergibst. Ah, okay. Doch, der ist eigentlich ganz nett. Ja, das ist jetzt kein Wäscheduft in dem Sinn. Das ist eher so ein... Ja, ich meine gut, was ist der Unterschied zwischen einem Wäscheduft und einem Weichspülerduft? Aber der riecht wie ein schöner Weichspüler. Oh ja, doch, das gefällt mir. Der ist ganz sanft. Ja, der gefällt mir. Da bin ich auch mal gespannt. Der hat auch irgendwie so was Aquatisches. Obwohl das ja eigentlich mit Clear Blue Skies gar nichts zu tun hat. Joa, ich teste. So, und dann... Ach, hier ist noch eine Klemmshell. Und zwar einmal von... Von Woodwick. Ein Wachsmelde. Da habe ich noch gar nichts von. Und ich überlege gerade, wo das her sein könnte. Mir kommt das Preisschild so bekannt vor. Ich weiß gerade aber nicht, wo ich das zuordnen soll. Ob das TK Maxx ist? Ja, ne? Oder? TK Maxx? Könnte sein. Und das ist der Duft Baby Powder. Ach so, ja, da steht... Ach, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Da. Hier, Baby Powder. Da bin ich ja mal gespannt, ob das was für mich ist. Mh, okay. Oh ja, der riecht aber... Ja. Man riecht, dass es Baby Puder ist. Der ist nicht ganz so sanft, wie der, den ich eben hatte. Der ist schon etwas, ja, ich sag mal, mehr in diese stechende Richtung, wie Fluffy Towels. Der riecht ein bisschen wie Nivea Creme. Vielleicht könnte man es so beschreiben. Ja. Der geht in die Richtung Nivea Creme. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Muss ich probieren. Ist eigentlich nicht so mein Fall, aber... Ich, ne, sag niemals nie, weil, wie oft das schon war, dass man dann Düfte warm getestet hat und plötzlich dachte, oh mein Gott, so ein toller Duft hätte ich nie gedacht, ja. Und von daher, ja. Ach, ich sehe gerade, hier ist nochmal ein Baby Powder, aber ich weiß nicht. Ja, ich fange da einfach mal an. Sie hat mir noch eingepackt von Traum Düfte und da habe ich auch noch nie bestellt oder irgendwas. Und zwar halt eben auch Baby Powder und das finde ich ganz cool, weil dann hat man jetzt mal den direkten Vergleich. Okay, der riecht ein bisschen anders. Der riecht aber auch ähnlich. Hier ist auch Glitzer oben drauf. Guck mal. Der riecht ähnlich. Ich muss es mal gerade. Aber doch anders. Mhm. Ja. Ne, der von Woodwick geht wirklich mehr in Richtung Nivea, würde ich jetzt mal behaupten. Und der ist etwas sanfter, was ich gut finde. Und er erinnert mich auch an irgendwas. Ich komme nicht drauf. Aber, ja. Ich glaube, meine Nase macht schon gleich nicht mehr mit. Ach. Zu viele Duftreizungen. Ne, finde ich cool. Dann hat sie mir noch eingepackt Traum Düfte Serendipity. So heißt bei Final Fantasy ein Flugschiff, glaube ich. Ich weiß gar nicht. Oh. Oh. Oha. Boah, riecht der lecker. Ich meine, was soll man sich unter dem Duft vorstellen, ne? Aber das ist tatsächlich ein Pinacolada-Duft. Meiner Meinung nach ganz viel Kokos, bisschen Ananas. Boah, ist der gut. Voll unerwartet. Auch hier mit dem Glitzer wieder. Mega. Also voll unerwartet. Ich habe gerade gedacht, den aufgemahnt. Und dachte so, oh Gott. Ja, der gefällt mir. Der ist richtig cool. Oh, der riecht so richtig cremig nach Kokosnuss. Richtig cool. Da bin ich sehr gespannt. Dann haben wir hier Vital Energy. Oder wie auch immer man das ausspricht. Okay. Ist jetzt nicht so meins. Kann man ja ehrlich sagen, ne? Macht ja nichts. Ich werde es trotzdem testen. Aber das ist schon was eher. Ja, so was Spa-mäßiges. Das passt schon. Ich könnte jetzt nicht sagen, das ist ein bisschen fruchtig. Bisschen frisch. Ich habe so das Gefühl, wenn ich daran rieche, geht mir ein bisschen die Nase auf. Was ganz gut ist. Vielleicht ist da was Minziges mit drin. Ich kann das echt nicht rausriechen. Und meine Nase ist schon ganz gaga. Aber riecht auf jeden Fall ganz gut. Aber es ist nicht so meins. Dann haben wir hier Green Coconut. Auch mal gespannt. Nach dem tollen Kokosduft jetzt. Auch wieder hier mit buntem Glitzer. Okay, der riecht auch sehr, sehr lecker. Nicht so lecker wie der andere. Aber auch lecker. Der riecht ein bisschen wie Black Coconut von Yankee Candle, würde ich mal sagen. Ja. So in die Richtung. Dann hat sie mir eingepackt. Flying Fox. Was man sich darunter wohl vorstellen kann. Oh, guck mal. Da ist ein Blümchen drauf. Ein Straßblümchen. Das ist blumig. Das riecht wie... Es ist sehr, sehr, sehr blumig. Und ich komm nicht drauf. Es ist aber, glaube ich, nicht Pfingstrose. Ach, das erinnert mich an irgendwas, wenn ich bei meinem Opa durch den Garten gelaufen bin. Als Kind. Ich komm absolut nicht drauf. Schade. Auf jeden Fall scheint da so ein bisschen was auch mit Rosen drin zu sein. Vielleicht ist es wirklich ein leichter Pfingstrosenduft auch. Ich kann es nicht sagen, es riecht so lecker blumig. Dann haben wir Japanese Cherry Blossom. Auch cool. Ich liebe ja Kirschblüte. Oh, guck mal, wie toll das aussieht. Seht ihr das? Das habe ich auch noch nie gesehen. So ein Muster da oben drin. Interessant. Haut mich jetzt nicht so vom Hocker. Ich liebe ja den Yankee Candle Cherry Blossom. Und das ist ganz anders. Aber auch schön. Aber anders. Könnte ich jetzt auch mit keinem Cherry Blossom vergleichen, den ich schon mal gerochen habe. Schauen wir mal, ne? Und zu guter Letzt haben wir hier... Oh mein Gott, was ist das denn? Wie spricht man das denn bitte aus? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das ist. Ich bin gespannt. Das ist was Zitrisches. Das riecht wieder wie Sprite. Genau wie Sprite. Wie die Lemon and Lime Panjenki. Das ist was für den Sommer. Sehr cool. Vielen Dank. Guckt mal, wie schön das jetzt aussieht hier. So ein bunter Turm. Richtig cool. Ja, und dann hat sie mir hier noch jede Menge eingepackt. Das sieht aus. Das sind so... Ah, okay. Mir ist doch was anderes. Ich muss mal gucken. Hier. Traumdüfte Buttercream. Und das sind alles solche Tütchen mit so einem Stückchen drin. Und das ist nämlich alles irgendwie... Das sieht aus, als wäre das alles mal ein großes... Ich sage jetzt mal ein großes Tart gewesen. Irgendwie so, als wäre das irgendwas Kleingeschnittenes. Finde ich auch richtig cool. Und mir riecht doch einfach mal dran. Das riecht schon durch. Das riecht sehr lecker. Das verwirrt meine Nase. Moment. Oh, da ist irgendwas... Ich muss kurz drüber nachdenken. Da ist irgendwas drin. Das riecht... Wisst ihr, wie das riecht? Total verrückt. Passt überhaupt nicht zu Buttercream. Das riecht wie... Als Kind die Kaugummis aus dem Kaugummiautomaten. Total witzig. Das riecht wie diese Kaugummi-Kugeln. Total strange. Wie komme ich bloß da drauf? Ja, okay. Wenn man die Nase richtig reinhält, dann wird es doch eher Buttercream. Ja, krass. Aber so ein bisschen wie diese Kaugummis aus dem Automat finde ich total witzig. Genau, jetzt muss ich gerade mal gucken. Da hat sie mir hier das Buttercream. Das ist auch Buttercream. Das ist was anderes. Hier, also das ist alles Buttercream. Scheinbar magst du das nicht, Maike? Dass du mir das alles abgegeben hast, weil das scheint alles ein so ein großes... Ja, Tart gewesen zu sein. Das sieht aus, als wäre das ein Kuchen gewesen oder so. Voll witzig. Genau, und hier ist auch noch ein Stück. Das ist alles Buttercream. Ja, da habe ich ja jetzt genug von. Ja, das war es dann auch. Und dann ist noch eins. Das sieht aus wie ein Stück von der Waffel. Und zwar ist das Vanilla Bean Noel. Na, ich sehe so ein Waffelstück. Mein Frosch ist wieder da. Entschuldigung. Und da bin ich auch mal gespannt. Das ist auch toll. Das ist halt auch so ein richtig schöner Vanilleduft. Oh ja, lecker. Aber auch wieder ganz anders. Riecht auch nicht so... Ja doch, es riecht fast wie ein Waffeln. Na, das riecht nicht so gebacken nach Kuchen oder so. Voll toll. Ja, meine liebe Maike. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll für so viele... Wartet mal. Ich muss euch das mal zeigen. Guckt mal hier. Guckt mal. Das ist alles dieses Buttercream. Ja, total krass. Also wie gesagt, ich glaube, das war einfach ein großes... Ein sehr großes Tat. Vielen Dank dafür, meine Liebe. Und für die anderen tollen Düfte. Ich habe mich, wie gesagt, mega gefreut. Ich war super überrascht. Und ich finde es so, so lieb, dass du an mich gedacht hast. Und dass du mir ein Duftpäckchen zusammengepackt hast. Und ich freue mich einfach nur mega aufs Verdüfteln. Und ja, du hast ja gesehen, das meiste hat mir gefallen. Man kann ja sowieso nie immer mit allem richtig liegen. Aber ich denke, ich teste die alle durch. Die werden schon super sein. Und Traumdüfte, ich habe da echt noch nie gebestellt. Ich muss mich da auch mal irgendwie reinfuchsen. Na gut. Ja, liebe Maike, dann vielen Dank nochmal für alles. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Und ja, allen anderen natürlich auch. Und ich wünsche euch an dieser Stelle einfach schon mal frohe Weihnachten. Und einen guten Rutsch, weil ich noch nicht weiß, wann das nächste Video kommen wird. Oder wie oder was. Deswegen wünsche ich euch einfach eine schöne Zeit. Ja, genießt es und lasst es euch gut gehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Macht's gut. Tschüssi.